Gute Viertelstunde schon durch, Hansa im Blau, weiter Einwurf. Nach einem weiten Einwurf kommt der Ball über Omladic zu Neidhardt. Omladic verlängert da mit der Hacke. Aber natürlich auch die Vorarbeit, Omladic akrobatisch mit der Hacke auf Neidhardt. Und Neidhardt macht das richtig schön. Nico Neidhardt, volles Risiko, was ein Hammer. So schön wie das Wetter in Rostock, 10 Grad und Sonne. Und da darf man dann schon mal so jubeln.